Die Säcke Die Säcke Die Säcke Die Säcke Die Säcke Die Säcke Mach mal, ich mach nen Film Bist du blöd? Weiß ich doch Ich hab überhaupt keine Angst vor Mäuse Ich schmeiß dir das doch vor die Füße Nein, du schmeißt es in die andere Richtung Mama Mama Das ist doch alles am Krabbeln Jetzt guck mal von der anderen Seite Wenn da Mäusebabys drin sind Dann hast du die jetzt umgebracht Wie ich Mach schnell die Stalltür wieder zu Die ist eingehakt Ich hab noch keine Hinges drin Bist du sicher? Ja Kann man die sehen? Scheiße Jetzt hab ich die totgemacht Ahaha Wie hier Hat mich nicht erschrocken Ahaha Hä? 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 Hä?